Letzter Tag. Ich wollte gerade wie jeden Tag einfach zum Aldi gehen, mir was zu essen kaufen und dann check ich erst Sonntag. Das heißt heute komplette Verpflegung bei Rolling Loud, aber wir haben glaube ich noch fast 80 Euro auf unserem Ticket, deswegen easy. Aber wenn wir schon hier sind, dann erzähle ich euch noch was und zwar Coochies hat einfach die Story geliked. Deswegen, wenn ihr wollt, checkt Instagram ab, ist unten verlinkt. Rebecca ist unsere Rettung gewesen. Es ist 12 Uhr und die Leute beeilen sich, um zur Mainstage zu kommen und ich glaube, da werden die auch den ganzen Tag campen. Wenn ihr in die Soundgroup von Snipes gegangen seid, dann bekommt ihr dieses Shirt. Moment. So, hier. Looks nice. Alright, let's sound loose, sound with me here, walk in this bitch, like I just got a piece, walk in this bitch, like I just got a piece. Ich mache jetzt eine kleine Wette und zwar gehe ich zum Stieffach, obwohl ich schon beim zweiten Vellentbrecher war. Ich hole meine Sachen, ich kaufe mir was zu essen, was zu trinken und dann gehe ich rein und dann bleibe ich gleich weiter campen bis Travis kommt. No fucking way. No way. Leute, ich fasse es nicht, wir haben es geschafft. Wir sind einfach zweiter Weltbrecher. Nach fast einer Stunde die Pizza halb tot, aber wurde dann doch delivered. Das ist alles, was zählt. Die Menschen sind glücklich, der Weltfrieden ist hergestellt. Wenn man das mal überlegt, wir haben das alles nur wegen der Pizza gemacht. Wir waren ja schon drin und die Pizza wurde delivered. Das ist unser größtes Ziel gewesen. Sieht sogar noch voll gut aus, ey. Und das Geilste ist, man kann die Pizza einfach traden. Ich habe ein bisschen gegeben und habe eine Kippe bekommen. Ich glaube nicht, was passiert ist. Ich habe einfach mein Handy verloren vor lauter Kippe und Pizza. Und dann bin ich rumgelaufen und einer hat einfach mein Handy in der Hand. Ich war Gottfroh, oh Gott. Habe ich jemandem ein Stück Pizza gegeben, so muss immer wieder raus ins Universe geben. Alles für die Pizza. Man kann ja nicht nur schliegen. Ich habe einen Applaus für mich zu McCloud. Oh! Oh! Beautiful morning, yeah, the sun's for the morning of man. Oh, I'm that juice. Jص, he got me trippin'. So, I'm that heavy out like a life, hey. Like a life, hey! I ain't a shit I been picking up for me to stay with the cheeses. Got that blacks, yeah, I got that blacks, yeah. I got that blacks, yeah, yeah. Rip your ass out of the motherfucking platt! Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. What's up? Was sagen wir zu den Leuten den Stein werfen? Wir spielen in Rotterdam, wir spielen in Portugal, aber NONE OF THEM MOTHERFUCKERS BORN LITER GERMANY Wir킨ig an. Wir sind sleep Kiss again. Also ist der профессionen das vorher intimacy. han werse helfen Sie dieersonsteh k attendern. 3, 2, 1 Test paramount und diese 34 Sekunden, mit demあieten. Es wird keinen Druck, Ladies. Danke. Wir lieben euch so viel. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Aber ich weiß, dass es so hart ist. Ich liebe euch so viel. Hört auf, lasst es sein. Der erste und der zweite Bereich sind offiziell geschlossen. Wir haben einfach so ein Glück, dass wir vor uns schon reingegangen sind. Die beste Entscheidung, weil wie ihr gehört habt, ist jetzt hier geschlossen. Erster und zweiter Wellenbrecher. We are in it! Aber die warten irgendwie immer noch. Ich bin jetzt hier. 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 Ich bin jetzt woanders. We are going to wait, right? We have spoken to the authorities. We got the curfew extended. So we are going to be able to have in full Travis Scott experience. You all ready for the Travis Scott experience? Make some fucking noise. Travis ist immer noch im Flieger, deswegen verzögert sich das alles noch ein wenig. Sobald er landet, will er sofort auf die Bühne kommen. Aber natürlich schon frustrierend, weil wir sind jetzt schon ein paar Minuten drüber und ich glaube 20 oder 30 und so und man denkt sich so, okay, wie lange ist sie so? Wie lange soll man denn warten? Das kann ja noch locker eine Stunde dauern. Und man ist ja hier im zweiten Wellenbrecher, wenn du rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Aber du kannst dir ja auch nichts zu essen kaufen, sondern nur trinken holen. Wenn du da eine halbe Stunde campst oder Bier für 8,50 Euro. All the security staff, everybody working extra hours tonight. Musik We are here to go, we are going to go with you on the first stage, say it's in a yup, put it back, give it a nice on Woah, woah! Woah! Let's go! Let's go! We're gonna have our time Wank in the house 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 She's possibilities Wank in the house Ja! 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 Es ist unfassbar leid, dass das Set von Travis so kurz war, weil wir haben nur dank unfassbarer Unterstützung der Sicherheitsbehörden die Möglichkeit gehabt, den Auftritt heute überhaupt noch durchführen zu können. Wir müssen neue Anschlusszüge erreichen, wir müssen mit den Kubern in die Stadt, wir müssen noch dort noch weiter fahren. Und es hört einfach nicht auf. Leute, ich mache die ganze Zeit Videos zu meinem Abschlussfazit, während ich hier sitze und dann lösche ich die immer wieder danach, weil ich so sage, ja, nee, die sind jetzt noch nicht gut genug. Und ich glaube, das hängt halt einfach damit zusammen, dass ich nicht will, dass es zu Ende ist, weil in dem Moment, wo ich mein Abschlussfazit hier rausgehauen habe, sind die Vlogs für Rolling Loud vorbei. Wir machen aber noch ein Video, wo es um das Fazit geht. Ja, okay, Uber nehme ich schon mal sicher nicht. Das sind jetzt meine Schuhe, drei Tage Rolling Loud. Ich habe mich gefühlt auch hundertmal eingecremt, aber guckt, ihr seht hier, der Bauausschnitt ist auch eingeprägt. Ja, Hose sieht auch ganz toll aus. Ich habe wahrscheinlich noch zwei Tage dran, bevor die Akzeptanz kommt, so, okay, ich schneide es ab. Aber für so drei Tage war so, das ist einfach das Ding, so, und was hast du? Ah, GA Plus, okay. Was hat man da für Vorteile? Erstmal, das erscheint mir alles noch so surreal, dass es einfach wirklich passiert ist. Dass wir vorhin Ski Mask gesehen haben, dass wir vorhin Travis gesehen haben, das war einfach so krass. Der heutige dritte Tag war nochmal ganz anders als die zwei davor. Allein Mission Pizza hat dem Tag für mich so eine ganz besondere Note gegeben. Ja, das ist einfach alles so lustig gewesen. Ich habe mein Handy verloren, niemand hat es gefunden, so. Solche Sachen waren einfach nice. Ich bin gerade wie ein verliebtes Mädchen. Ski Mask hat mich zum Weinen gebracht. Kein Scherz, also als er halt die Lieder von X gespielt hat und Juice WRLD, da war ich wirklich, also ich habe geweint. Der Ski Mask hat so eine Aura um sich, ich habe ja eben schon bei Gucci Mane gesagt, so ein Vibe, aber bei Ski Mask ist es eine Aura. Er hatte seine Chain mit dabei, so hier von Yu-Gi-Oh. Wahnsinn einfach, so. Ich weiß nicht, das hat so eine Stimmung, die bekomme ich nur da. So, da ist einfach jemand, X kannte den. Und nicht nur das, sondern die waren halt auch Best Friends. So, und allein das, ich weiß nicht, Ski Mask hat da für mich einfach eine Aura, die kein anderer matchen kann. Das funktioniert gar nicht. Vor allem habe ich mich verknallt voll ins Rolling Loud Festival. Ja, oh mein Gott. Ja, ich will einfach nicht, dass es vorbei ist, ganz ehrlich. Das war einfach geil. Und nächstes Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir dann auch VIP oder Weekend Munchies oder sowas nehme. Ja, aber ansonsten, ich mache nochmal ein ausführliches Video über das Fazit. Ich danke euch. Oh Mann, ich will nicht, dass es vorbei ist. Und ich bin jetzt wieder zu Hause. Mein Fazit von Travis Scott im Hotel war einfach so lange. Deswegen habe ich es jetzt mal rausgenommen und erzähle jetzt nochmal in einer Kurzfassung. Also erstmal, er kam ja eineinhalb Stunden zu spät. Einfach wegen Joe Biden. Weil der in Großbritannien gewesen ist. Und wenn sein Flieger da ist, dann darf kein anderer abheben, kein anderer landen. So, was soll Travis da machen? So, außer vielleicht beim nächsten Mal planen. Das muss man halt schon sagen, etwas früher zu kommen. Weil für uns war es halt so, wir haben sehr, sehr, sehr lange gewartet. Alle, die halt dann im ersten und zweiten Wellenbrecher waren, waren da halt schon wahrscheinlich seit mindestens sechs Stunden. Und du bist halt komplett fertig. Und dann eine halbe Stunde Travis. Du denkst so, what? Ey, what? Deswegen kann ich schon verstehen, dass ein paar Leute halt nicht ganz so zufrieden gewesen sind. Ich bin aber trotzdem zufrieden, weil Travis hat ganz viele seiner Banger gespielt. Es ging übelst ab. Die Morsspits waren geil. Die Stimmung war geil. Weil bei keinem Auftritt waren alle so gemeinsam irgendwie Feuer und Flamme. Außer vielleicht bei Snot. Sorry, aber Snot, die Performance hat mich auch total geschickt. Aber ja, bei Travis Scott, nee, in so einer Menge. Das gab es einfach bei keinem anderen Auftritt. So viele Menschen in so einer Menge. Und es war extrem nice. Mir hat es so viel Spaß gemacht. Und irgendwie finde ich, das ist ja auch so ein bisschen die Travis-Experience, die man dann ja auch bekommt. Dass er halt so random noch in London ist und jetzt erst noch im Jet irgendwie sitzt und dann ja landet. Wir bekommen das alles so quasi mit. So, wir sitzen da und wissen, okay, der fliegt jetzt. Dann, okay, er hat es gelandet und jetzt fährt er direkt hierher. Und währenddessen warten halt so 50.000 Leute. So, das ist auch genau diese Travis-Experience, wo man dann später erzählen kann, so, jo, ich habe Travis gesehen. War voll wild. Es hat ewig gedauert. So, ich muss auch sagen, gestern, ich war so fertig mit den Nerven, mit allem. Ich war so kaputt. Es war so heiß. Ich hatte so Durst. Und ach, ich war einfach fertig. Aber dann am Ende, als Travis da war, war das alles verflogen. Und ich finde, das spricht einfach Bände. Wenn in dem Moment einfach nichts anderes mehr eine Rolle spielt. Also, danke Travis. Danke Rolling Loud. War toll. Also, danke fürs Festival an die Veranstalter. Danke an euch, dass ihr diese Videos geguckt habt. Und ja, mal gucken, was wir jetzt für Content machen. Weil das war jetzt irgendwie was anderes, wie wir bisher gemacht haben. Und es ging voll durch die Decke. Love you. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.